hallo und sehr ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde reisen verbieten und wir gehen prärieren und versuchten zumindest lanzenhörner in einem großen areal weil ich beim letzten mal den ganzen horn gekillt habe und alle anderen irgendwie verscheucht habe ja ich will mir dann halt so ein stürmer holen bei meiner ist ja leider draufgegangen vor geraumer zeit ganz knapp bonjour ups ok jetzt heißt es doch auch das areal wo wir schon bei national gesucht haben oder wo die ganze zeit so wie bescheuert durch die gegend geritten sind da vorne läuft das sind auch die lanzenhörner da 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 aber kurz jägerpelle erstellen und weiter geht's sind wir irgendwo hier in die richtung verschwinden hallo hello tsi Wow. Zack. sind jetzt glaube ich hier hoch die maschine hat frost munition gut aus so einmal markieren damit wir auch nicht wieder so leicht wegkommen mitnehmen oh oh so 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 dass ich wieder mal so ruhig bin bin mal wieder sehr konzentriert so 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 wie kann ich hin das ist voll ich kann es später aus dem vorrat nehmen was sehr schön da ich jetzt gut was der gesprengt zwei hörner zwei rohstoff behälter ein vorrat schadet nie so und jetzt erstmal gegen den baum fahren noch ein erwischt den rest sollte ich an das leuten überlassen können ich bringe ein bisschen beute zum lager wie hand es wollte sehr schön hand hat probleme ich sollte die maschinen erledigen die verwüsterkanone jetzt wäre eine gelegenheit sie zu nutzen ein jägerkeller hallo ich muss gerade mal kurz meine maschine referieren blöde sau erledigt sie ich muss jetzt einmal kurz meinen reitvieh hier jetzt darf ich mir schon wieder ein stürmer suchen mann ein ganz normaler tag in verbotenen westen hier liegt aber sonst nichts mehr ich schwöre dir es funktioniert hier verdammte aßgeier sie sind ein berufsrisiko aber trotzdem gut dass du aufgetaucht bist ich helfe gern ich habe die lanzenhorn teile für dich besorgt damit wird meine rüstung glühen wie ein funke bei nacht danke vielleicht besuchst du mal unser hauptlager bei fahrlicht und erlebst den historischen moment wenn meine rüstung alle anderen aussticht klar wenn ich schaffe bis bald hannah farbe asche und kohle das ausgebung ausgeben bolzenschießer stimmt mit schweren waffen mehr schaden jägerbogen ach so ja überleben was kann ich nie hier machen häckselhandschuhe hm 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 fernkampfe fernkampfe wenn ich schwer verrunden bin mehr rohstoffe von pflanzen ok da war ein gib oh mehr rohstoffe von pflanzen ist denke ich nützliches gilt Ist hier noch was für einen? Rauchbomben. Ah, leise Nahkampfangriffe. Was ist das denn? Durchbohrender Bolzenschießer. Mal kurz wieder alles abhaken. Irgendwas wird schon dabei sein. Quests. Ist ein abgehakt. Datenpunkte. Da drüben. Okay, warte mal. Na gut. Ist egal. Kann ich irgendwas cooles herstellen? Waffen Upgrades. Für einen Stachelwerfer. Na komm. Aber ich kann ja auch mit ihr noch handeln. Hier kann ich Rohstoffe kaufen. Äh, Werkzeuge da. Rohstoffe, Wertgegenstände. Okay. Oh, wir sind fertig. Sehr gut. Du brauchst ganz dringend ein Zahnarztmädchen. Was haben wir denn da eigentlich? Da ist was Unbekanntes. Kann ich mit dem Lagerfeuer hinreißen? Wo ist mein Lagerfeuer? Da. Und dann gucken wir mal, was ich noch an Quests übrig habe. Aber ich glaube, das nächstbeste ist Äther suchen. Ich bin ja auch schon ein bisschen über dem Level für Äther drüber. Ich glaube, ich bin 27 und Äther hat 15. Als Vorgabe. So viel Schweiß und immer noch keine Abkühlung. Äh, da. Was haben wir da vorne? Achso, eine Metallblume schon wieder. Und dann will ich halt auch die Hauptquests weitermachen. Weil. Äh, wir werden die. Die Möglichkeit des Werkzeugs werden wir wahrscheinlich nur im Laufe der Hauptquests bekommen. Das heißt, der Kunde ist bei mir gerade einfach eingeschränkt. Wenn ich einen Stürmer finde, dann hole ich mir auch ein. Dann komme ich mir jetzt ein bisschen schnell von nahe nachgehen. Speichern. Was ist da denn? Unbekannte Runter Schlupf. Den hole ich mir auch noch. Immer schnell Reisepunkte man hat, umso einfacher wird die ganze Sache. Da unten ist ein Stürmer. Da unten ist ein Stürmer. Ähm, schnell speichern. Da habe ich gerade einen Stürmer schon gesehen. Muss da von hinten ran. Jetzt sind wir beide ein Team. Wohin geht's? Da lang. Das ist der richtige Weg? Ja. Da rechts ist ein Lagefeuer. Und das werden wir auch gleich mal nutzen, um zu speichern und die heutige Folge zu beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Und ciao, ciao. Es wird kommen zu 1918. forgot. So, ja. Ich habe noch nicht mit mir gebildEN. Yaico Mästen? Ich bin jetzt. Mamaultipass. Was ist hier. Sag반ien? Wir sehen uns das. Es ist ein trip. Hallo, gleich. Wir sehen uns nach. Also, kommen wir in der Zeitppo�. Bis dann. Wir sehen uns nach히夠. Serval für den Himlatungen über 작은 Qu групп. Untertitelung des ZDF, 2020